Wer von euch erwartet Snoop Dogg Droppin' Like It's Hot, wenn ich mal fragen darf? Dann gehen wir mal die nächsten 0815-Liste durch. Wer erwartet Michael Jackson, Billie Jean? Da haben wir immer eine laute Crowd dafür da. Die erwarten nichts und das ist gut so. Also bauen wir darauf aus, dass ich so ziemlich gar nicht das machen will, worauf ihr euch eigentlich Lust habt. Ich mach es aber nur so, tu einmal, damit wir danach richtig anfangen können. Ich mach es nicht zu mir. Ich mach es nicht. Ich mach es nicht. Bis zum nächsten Mal.